Hallöchen. Hallöchen? Hallöchen. Ich hab deinen Gast dann gefunden. Ja, das ist schön. Mach mal den Drachen weg, den Großen. Witzbold. Dann muss das da meiner sein, ne? Zieh den Mantel an oder? Drachenmutter. So. Kommt doch jetzt wieder von oben. Ach, das ist doch echt Mist. Das Ding trifft dich einmal. Ach, ich komme. Danke. Oh, warte. Nee, warte. Nee, nicht warte. Komm mal. Zieh den mal weg, sonst komme ich nicht an meine Sachen ran. Ich wollte ein anderes Portal aufbauen, damit du von hinten an deine Sachen kommst. War jetzt mein Gedankengang. Ja, lass den Gedankengang. Zieh das viel lieber da weg. Habe ich gerade mehr von. Komm, wenigstens auf 100. Aua, scheiße. Ja, genau deswegen. Das ist nämlich mein Problem. Wenn die so anfängt. Da hast du mich tot. Ja, aber das ist. Ist doch nicht wahr. Aber immerhin hast du sie ein Stück weggezogen. Jetzt kann ich gucken. Du hast auch keine Chance im Gebirge, ne? Nee. Lass ihn heute lieber aus. So. Da hatte ich meine Sachen schon alle wieder, ne? Lass doch die kleinen Viecher erstmal weg hier. Blödes Spiel. Oh, fuck, 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 fuck. Ey, ja, nee, nee. Und etwa Latte, jetzt? Ja. Halalalala. hallo wie ist die stimmung bei dir oh ja kümmerlich kümmerlich da ums geläte habe ich kein problem mit finde ich kann jos das ist schön kommst du gerade über der raum nehmen doch 777 doch keiner wissen hat schon fertig meinst du will ich hier eier schaukelt bis zum geht nicht mehr ich komm du lässt sie hier schaukelt von der drachen mutigen ja das stimmt allerdings die ich auf jeden fall gerade hart ran ich jetzt die baller den halben berg weg und tötet mich damit hey guck mal hier ist eine starke struktur hinter der schutz suchen könnte ist da war doch schon sehr sehr viel früher erkannt dass das bei wahlheim egal ist so das essen das essen das ist ein bisschen warten und wenn wir den hier mal mit ich muss nein ja mir ist es ein bisschen schon mal runter gehauen also ja das spiel geht mir ganz schön auf den ps weil jetzt hat es nichts mehr mit ja du bist halt schlecht ausgerüstet sonst irgendwas zu tun ist einfach nur wir ficken dich hart so ich erfriere nächste versuch drachen mutter wunderbar auch ja genau nacht und werwolf auch noch und ich kann nicht sehen es ist herrlich welcher gab stein war es das müsste der da gewesen sein ja auch halt doch die klappe so gefährde eine grüße danke falsche knopf das anziehen so anziehen habe ich gesagt wo ist die ich habe keine ahnung da unten ist auch nur jetzt habe ich auch noch ein golem geweckt ja kümmerlich um den wolf das ist gut da kommt der nächste spiel mit dem wo ist die wo ist die mutter ist hier bei mir ich sehe dich nicht da da oben bist du okay so ein paar nicht mehr ich glaube die brüche alle nicht mehr und verdammt aber die drachen mutter ich glaube die scheiße drauf nicht nicht du es nicht du es nicht du es nicht los mich laufen woher aktiviere knochenwanz dann bist du immun gegen irgendwelche sich außer dass vielfristig gerade wenn du ja unser essen kriege ich auch noch weg jetzt kann ich 20 minuten nicht das ding aktivieren weil ich das im falschen moment gemacht habe und du den bachstern nicht mit rübernimmst aber was fähigkeiten an zum entzug da angeht steht da die götter sind gnädig nach da oben läuft der golem rum der natürlich jetzt wieder auch bock auf unsere hütte gehe ich mal von aus und bopp auf mich nein 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 ja da kann es nicht denn nächster nächstes da war das daneben so so ich habe schon ihr beide macht mal ruhig so der scheiß wer wollte wo ist der als bett scheiße wieso kümmere ich mich auch um den wir auch echt jetzt so kommen meine hier unter daneben ich auch okay wo ist er 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 so dann gucken wir mal auf ein neues ach ja wo muss ich denn hin also irgendwo da irgendwo da hinten wo da steht mein grabstein nein nein bitte 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 einfach die götter sind barmherzig wer wollte wer wollte wer wollte also das motto die dass man angezeigt dost könnten sie mal eben davon fliegend ich würde gerne mein draf kraft sein wieder haben und die das ist mir egal dankeschön auf 15 hp noch alter ist er jetzt nicht wahr oder natürlich ist es war skelett hau doch ab jetzt neben doch wölfe echt jetzt ich komme hier auf und darunter wo hängt er da oben wie ist schon mal wieder tag ist ja gar nicht ich schieße ja auch für irgendwas so ich will da wieder hoch mensch wo kommst du jetzt her kann man das anziehen so so ja wo ist ja raus hier raus hier raus hier kein ausdauer ja komm lauf stein gemalt die hier unten an dem türmchen wo die wintermäntel drin war die habe ich alles schon leer gemacht okay war da irgendwo mein mein dienst drin da waren nur die wintermäntel drin ja schön ja okay wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er okay okay ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich jetzt im singleplayer unterwegs würde ich konsole aufmachen kill all fertig ist er jetzt nicht wahr da war ja und du kannst du überlebt dann 작업te der griff von einem scheiß drachen und den hang runter da steht voll gestrahlen wollte hat die fresse schon offen kam ich töte dich Doch, wir haben gleich kein Essen mehr, ne? Nur so... Gut erkannt. Scheiße. Steingolem, sehr schön. Ja, hier kommt alles. Hier kam ein Drache geflogen. Ja, Mensch. Das war wohl der Golem. Was bringt sie dir? Einen leeren, einen gefüllten Inventarplatz. Auch die Drachenmut, die kommt. Wohin? Zu uns. Ach so, ja, ja. Nein, 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 nein. Oh. Okay, das war mal meine eigene Dämlichkeit. Da liegt eine Drüse rum. Wunderbar. Knochenfragmente, wunderbar. Ne, da steht ein Wolf, da gehen wir nicht hin. Oh, oh. Oh, 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 oh. Da steht auf jeden Fall schonmal den Grabstein rum. Und da steht... Oh, ich muss doch hier irgendwo einen Grabstein liegen, oder? man sind wo ich habe mein gutes zeug wieder wahnsinn ach ja das war der wo ich keine pfeile mehr habe meine sachen okay ich glaube wir müssen uns anders vorbereiten darauf ich habe jetzt schon mal mein zeug wieder wieder zusammen du hast deine sachen zusammen ja ich gehe auch gerade diese kette entlang von grab stein möglichen nicht wachen mutter nicht wachen mutter und doch drachen mutter die ist ja schon wieder voll ist ja nicht wahr die drachen mutter ja sag ich ja und ich bin wieder leer quasi also so macht dieses spiel überhaupt keinen spaß wir stellen uns hier dem ich an als gegen zwei von den uralten und eigentlich ist die doch gar nicht so schwer was machen wir denn falsch also ... ... ... ... ... ... wieder tot ich bin schon wieder tot deswegen ich gucke jetzt gerade mal wie man diesen am effektivsten besiegen kann dann finde ein boss kampf da kommt sie doch okay da wirst du einen schlangen eintopf so man viel mitnehmen ein paar hundert pfeile feuer oder gift sämtliche feinde drumherum erledigen um keine bösen überraschungen fürchten zu müssen ja ich kann ja wo steckst du denn gerade bist du da noch mit der okay ich mache keine schaden bei ihr das ist ungünstig ja ich muss mal eben ich würde mal sagen ich beende die folge hier sehen uns gleich wieder und 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 und